ja moin leute ein bisschen f1 mal wieder von vulcan die fire swings vulkane richtig schöne dinger so einmal scharf ja super 70 gramm cut 1 gucken wir mal rein nicht wundern da fehlen schon ein paar da haben wir schon mal von genascht so sehen die ganzen teile aus richtig schöne dinger und die testen wir jetzt mal ja mega leute also wirklich für cut 1 machen wir noch ein also wirklich für cut 1 wahnsinn auch super brenndauer ein bisschen weiter weg leute wunderschön auch sehr hoch und die qualität ist auch tatsächlich sehr gut also die sind wirklich alle top die da drinne sind da ist kein ausreißer der schlecht ist oder so solange wir die noch bekommt gönnt euch die zehn stück sind da drinne kosten so zwischen 78 euro je nachdem wo man die kauft und bis zum nächsten mal leute ciao 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 ciao